Hr-Info Nachrichten 15 Uhr. Frankfurter Corona-Krisenstab tagt früher als geplant. Metall-Arbeitgeber fordern Mehrarbeit ohne vollen Lohnausgleich. Neue Vandalismusakte auf Berliner Museumsinsel. Das Wetter überwiegend bewölkt, meist trocken 13 bis 17 Grad. Mein Name ist Kevin Arnold. Hr-Info Nachrichten 14 Uhr. Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche steigt auf Rekordhoch. Immer mehr Studenten haben psychische Probleme. Staatsanwaltschaft durchsucht Räume der Adler Group. Das Wetter Sonne und Wolken, meist trocken bei 19 bis 26 Grad. Mein Name ist Hans-Peter Schupp.